Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. AfD kämpft gegen Verfassungsschutz, Einstufung an. Das anhaltende juristische Tauziehen, AfD versus Verfassungsschutz. Das anhaltende juristische Tauziehen, AfD versus Verfassungsschutz. Der fortlaufende Rechtsstreit zwischen der Alternative für Deutschland, AfD und dem Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, ist noch lange nicht entschieden. Dabei stehen die Fundamentalprinzipien unserer Demokratie auf dem Spiel. Die Ausgangssituation nach Quellen des Spiegels und der Zeit stufte das BfV die AfD im Jahr 2019 aufgrund verfassungsfeindlicher Bestrebungen als Prüffall ein. Die Partei konterte mit einer Klage. Das laufende Verfahren. Im aktuellen Verfahren, wie Süddeutsche Zeitung berichtet, dreht sich alles um die Frage, ob das BfV die AfD öffentlich als Verdachtsfall einstufen darf. Der Streit verlagerte sich indes auf das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster. Bedeutung für die öffentliche Wahrnehmung. Von Anfang an nutzte die AfD laut Tagesschau ihre Einschätzung durch den Verfassungsschutz, um sich selber als verfolgte Unschuld darzustellen und von ihrer eigenen politischen Verantwortung abzulenken. Zukunftsperspektiven Neben der aktuellen Debatte existieren nach Angaben der FAZ noch weitere schwelende Gründe, die auf eine zukünftige Radikalisierung der AfD schließen lassen könnten. Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich die rechtliche und politische Lage weiterentwickeln wird. Dabei stehen die Verfassungsprinzipien und die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands auf dem Spiel. Autor Anita Farke, Donnerstag, 11. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017